Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Myth of Empires Guide. Heute zeige ich euch wie ihr euren Damage extrem boosten könnt und welche Möglichkeiten ihr in Myth of Empires dafür habt. Es gibt nämlich nicht nur die Möglichkeit der anderen Waffe oder der Skills. Ich zeige euch jetzt wie das funktioniert. Vorweg noch eine kleine Info. Wie euch vielleicht nicht entgangen ist, bin ich wieder Level 48. Ich habe schon zum vierten Mal neu angefangen. Das liegt daran, dass ich mittlerweile auf einem Private Server spiele und das für mich sehr viel angenehmer ist als auf den Office Servern zu spielen. Daher habe ich einfach mal wieder neu angefangen. Die Raids sind ein bisschen hochgedreht, lasst euch davon nicht irritieren. Aber der Progress auf dem Charakter ist noch nicht so weit. Soll aber nichts machen. Für dieses Video reicht das vollkommen und jetzt zeige ich euch wie ihr euren Damage boostet. Um zu verstehen wie der Damage geboostet wird, müssen wir erstmal verstehen wie er sich zusammensetzt. Wir haben auf jeder Waffe, nehmen wir in dem Fall jetzt das Bronzeschwert, verschiedene Werte. Und ihr seht, dass dieses Bronzeschwert zum Beispiel bei dem Wert Lethal 105% hat und das ist für die Waffengattung komplett unterschiedlich. Das heißt, eine Axt zum Beispiel hat bei Lethal nur ihre 100% stehen und hat natürlich weniger Damage zur Verfügung. Aber jede Waffengattung hat da eine eigene Schwerpunktpriorisierung. Die Schwerter in dem Fall sind meiner Empfehlung nach die besten Mittel und Waffen, um alleine zu kämpfen oder eben im stehenden Kampf. Wenn ihr auf einem Pferd unterwegs seid, dann würde ich wahrscheinlich auf Pole Arms, also Stangenwaffen, zurückgreifen. Aber wir sprechen jetzt einfach mal über den Schaden im Allgemeinen. Wenn wir uns dieses Schwert mal anschauen, dann sehen wir, dass der erste Schaden ganz oben, Slash Damage, das ist der Schnittschaden sozusagen, 136 beträgt und der Piercing Damage, also der Stichschaden, 151. Relevant dafür ist, aus welcher Richtung ihr zuschlagt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Schwert ausgerüstet habt, dann könnt ihr mit diesem Schwert unterschiedliche Schläge aus unterschiedlichen Richtungen ausführen. Und das wird euch gezeigt, wenn ihr über ein Schwert drüber haubert. Wir sehen beim Piercing Damage nur eine Bewegung nach unten. Das heißt, mit dem Numpad 2 schlage ich nach oben, sorry, nee, mit dem Numpad 8 schlage ich von oben nach unten und das gibt bei Schwert einen Stichschaden. Das heißt, wenn ihr den meisten Schaden mit einem Schwert erzielen wollt, ganz grundsätzlich bringt es Sinn, den Piercing Damage zu nehmen. Wichtig dabei ist natürlich, welche Rüstung hat der Gegner und wie verhält sich Piercing und Slash Damage im Vergleich zur Rüstung. Aber das nur mal als kleiner Anhaltspunkt, damit ihr seht, welche Bewegung eurer Waffe welchen Schaden verursacht. Wenn wir nun ganz unten in der Schwertbeschreibung schauen, sehen wir Proficiency Requirements. Zu deutsch ist das im Prinzip das Fähigkeitslevel, was angefordert wird, um dieses Schwert ohne Malus zu führen. Das merkt ihr am Anfang, wenn ihr ein Knochenschwert zum Beispiel habt und euer einhändiger Skill ist nicht so hoch und ihr wollt auf ein besseres Schwert, in dem Fall das Bronzeschwert, wechseln, dann ist dort ein Malus verzeichnet. Ich kann das hier mal bei der Axt zeigen. Die Axt, die Eisenachst ist nicht ausgelegt für Skill Level 450. Ich habe meinen einhändigen Skill jetzt gerade auf 450 und ihr seht dadurch, dass ich ein Insufficient Skill Level habe, also ein nicht ausreichendes Skill Level, habe ich ein Malus, also ein Negativwert von minus 13,5 Prozent. Das bedeutet, bei einem Schaden von 118 ungefähr 13,5 Prozent entspricht 14 oder 15 Punkten. Das müsste ich jetzt schätzen. Die werden abgezogen von den 118 Damage, solange ich nicht den erforderten Skill Level habe. In diesem Fall wird hier gefordert Skill Level 600. Das gilt für alle Waffen im Spiel und auch für alle Werkzeuge, denn ihr seht bei der Sichel, das ist eine Eisensichel, auch hier fehlt mir der Skill einhändig auf 600. Wenn wir nun auf ein anderes Schwert gehen, nämlich das Hahnschwert. Das Hahnschwert hat bei mir immer noch einen Malus, denn mein Skill beträgt 450 und ich habe hier ein Malus von 1,3 Prozent. Je näher mein Skill Level am erforderten Skill Level der Waffe oder des Werkzeuges ist, desto geringer wird der Malus. Hätte ich jetzt einen Skill von 0 auf einhändig, dann hätte ich hier einen sehr viel größeren Malus als jetzt mit meinen 450. Das ist die erste Schadensquelle oder Schadensursache, die ihr beachten müsst. Habt ihr einen Malus auf der Waffe, also folglich reicht euer Skill Level dafür aus. Kommen wir zu Punkt 2. Der wahrscheinlich offensichtlichste Punkt sind die Skills, denn wenn ihr durch die Skills geht, dann seht ihr zum Beispiel Fearless Assault sorgt dafür, dass wenn ihr eine einhändige Waffe führt ohne Schild, euer Schaden um drei Prozent erhöht wird. Das ist jetzt ein Wert, ist erstmal nicht viel, aber die Gesamtheit eures Skill Levels gibt euch, hier links seht ihr es, einen Damage Boost. Ich habe hier bei einhändig einen Damage Boost von 66 Prozent, weil ich auf Skill Level 450 bin. Wenn wir uns mein Zweihänder anschauen, da habe ich 0 Prozent drauf. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist, boostet eure Skills. Ich weiß, ich weiß, das wusstet ihr vielleicht schon. Aber jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der nicht unwesentlich ist. Achievements. Wenn ich mir die Achievements anschaue, dann sehe ich direkt Attribut Buffs. Hier habe ich einen Prozentwert von 2,7 Prozent, den ich zusätzlich an Schaden verursache, dadurch, dass ich Achievements freigeschaltet habe. Wenn ich auf die Achievements klicke, dann sehe ich unterschiedliche Dinge, kann sie auf und zuklappen und kann mir so auch Ziele setzen. Nehmen wir jetzt einmal Stärke-Attribut. Jedes Mal, wenn ich hier so ein Achievement bekomme, erhalte ich dauerhaft das Attribut, was mir hier beschrieben wird. Das bedeutet einfach formuliert, wenn ich meinen einhändigen Skill auf Level 600 habe, bekomme ich einen dauerhaften Schadensboost von 0,3 Prozent. Hierbei gilt zu beachten, dass die verschiedenen Attributsbäume oder Achievement-Bäume verschiedene Attribute boosten. Wenn ihr euren einhändigen Schaden boosten wollt, dann macht es Sinn, hier im Charisma zu schauen, denn hier sind die einhändigen Sachen. Im Talent haben wir nur Boosts für Wurfwaffen. Im Stärkebaum haben wir auch einhändige Geschichten. Also da müsst ihr euch so ein bisschen durchklicken. Rekorde zum Beispiel geben euch Armbrust-Schaden. Das ist komplett unterschiedlich, je nachdem welche Achievements ihr freischaltet. Es gibt auch Achievements, die geben keinen Boost. Das seht ihr gerade hier. Aber die meisten haben den tollen Effekt, dass sie neben eurer Ehre, die ihr bekommt und vielleicht auch die persönlichen Achievements, die ihr erreichen wollt, einen Boost auf Waffengattung, auf Schaden, auf Rüstung und was auch immer bekommt. Daher Punkt 3 Achievements. Im Zuge der Achievements sprechen wir direkt über Punkt 4, denn das ist der Adel. Ihr bekommt durch jedes Achievement im Spiel Ehre. Die Ehre in diesem Spiel ist nicht ganz unwichtig, denn wenn wir einmal auf den Tab Adel gehen, dann sehen wir verschiedene Adelstitel. Diese Adelstitel gibt es in fünf Stufen und alle fünf Titel fängt die neue Stufe an. Das erkennt ihr daran. Ihr bekommt immer auf der ersten Stufe, da fangt ihr an. Die erste Stufe ist Baron. Dort bekommt ihr einen HP Boost, ganz grundsätzlich. Wenn ihr den freischaltet, habt ihr 2,5 Prozent mehr HP. Das macht ihr, indem ihr Achievements sammelt und Honor, also Ehre hortet. Dann steht hier immer, ihr habt so viel Ehre von so viel und ihr braucht so viel Kupfer von so viel, um diesen Titel freizuschalten. Das könnt ihr dann machen. Der zweite Adelstitel gibt euch Damage und zwar auf Schnitt und Stichschaden, also gerade interessant für Einhänder und hier auf den Blunt Damage. Das sind Knüppel und Hammer und solche Geschichten. Der dritte Adelstitel gibt euch Rüstung. Leichte, das hier ist leichter und das ist schwerer und ihr bekommt mehr Schaden, während ihr auf dem Pferd seid. Auch interessant, skaliert mit dem Pferdelevel, aber das hat jetzt erstmal mit diesem Video nichts zu tun, ist aber ganz nice zu wissen. Und der letzte Adelstitel in einer Reihe gibt euch dann immer noch mal drei zusätzliche andere Buffs. Sobald ihr dieses Adelslevel erreicht habt, geht der Kram von vorne los. Der nächste Buff ist wieder auf die HP, der darauf folgende wieder auf den Damage, wieder Rüstung und Shieldbreaking, Headshot Damage und Damage during Revenge. Okay, das ist eine PvP-Geschichte. Ich muss korrigieren, es sind alle vier Stufen. Die erste ist eine Nullstufe, deswegen nicht interessant und dann habt ihr alle vier Stufen einen Buff, einen zusätzlichen und dann werden die schon bestehenden jeweils immer erhöht und so weiter geht das bis ganz nach oben. Das ist eure vierte Möglichkeit, euren Damage zu boosten. Aber es gibt noch mehr. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, euren Damage zu boosten. Wenn ihr eine Gilde habt und meine Empfehlung ist übrigens für alle da draußen, egal ob ihr alleine oder zu hundert spielt, ihr solltet immer eine Gilde haben. Wenn ihr alleine seid, gründet eine Gilde und farmt sie alleine hoch, denn die Gilde ist wichtig für alles im Spiel. Wenn wir jetzt aber über den Damage, über euren Schaden speziell sprechen wollen, dann müssen wir uns die Guild Skills anschauen. Die findet ihr hier unten. Unter diesen Skills seht ihr jetzt schon, die funktionieren so ein bisschen wie eure eigenen Skills. Die kosten halt nur zusätzlich Kupfer. Könnt ihr Dinge freischalten, die euch helfen. Die erste Stufe ist hier eine Reduktion des Haltbarkeitsverlustes von Waffen und das könnt ihr immer weiter leveln. Das könnt ihr, je nachdem wie viel Kohle ihr habt, könnt ihr das immer weiter spielen und so fort. Und danach die Stufe ist mehr Schaden. Also auch hier noch eine zusätzliche Schadensquelle. Eine Sache möchte ich dabei kurz anmerken. Wir haben jetzt hier gerade mal drei Prozent, was nicht viel ist. Oder 3,2 Prozent. Wir gehen noch mal zu den Achievements und sehen, wir haben hier 2,7 Prozent. Das sind schon 5,9 Prozent. Dann gehe ich zu meinem Skill Level, schaue mir die 66 Prozent an. Dann habe ich gesagt 5,9 oder? Das heißt, wir sind hier bei 71,9 Prozent, die ich schon mehr Damage mache, als jemand, der das alles nicht getan hat. Und dazu komme ich mit einer vernünftigen Waffe noch um die Ecke, die ordentlich Damage hat und zu meinem Skill Level passt. Dann kann ich richtig reinhauen. Nicht zu vergessen der Adelstitel mit 2,5 weiteren Prozent. Also rund 74 Prozent mehr Schaden, ohne dass ich wirklich was dafür getan habe. Denn die Achievements kommen von ganz alleine. Die Ehre durch die Achievements, mit der ihr die Adelstitel hochballern könnt, kommen auch komplett von alleine. Und der Einhändige-Skill, es macht Sinn, den hoch zu pushen. Aber auch der, wenn ihr fightet, geht von alleine hoch, wenn ihr einen Einhänder habt. Aber wieder zurück zur Gilde. Wir schauen uns die Gildenskills an und können sehen, hier kann noch mal hochgeballert werden. Das ist in Battle, also im Kampfsegment. Das gilt aber auch für die Produktion, gilt für eure Zähm- und Rekrutierthemen oder für interne Geschichten. Aber hierauf gehe ich jetzt gerade nicht näher ein. Das mache ich in einem anderen Video. Aber was ihr dabei nicht vergessen solltet ist, wenn ihr so ein Skill leveln wollt, ein Gildenskill, dann seht ihr, er braucht Gild-Activity Points, also Gilden-Aktivitätspunkte und Kupfer. Nicht nur Kupfer. Und diese Gilden-Aktivität bekommt ihr durch alles Mögliche. Wenn ihr eure Daily Quests macht, bekommt ihr Gilden-Aktivität. Jedes Mal, wenn ihr viel craftet, farmt oder was auch immer, seht ihr hier oben Aktivität plus X. Das zählt auch alles zu eurer Gilden-Aktivität. Und ihr könnt sehen, hier stehen die Punkte. Vorher war das so, die stehen noch nicht schon immer da. Vorher musste man hier drauf, um die Punkte zu sehen. Ihr braucht diese Gilden-Aktivitätspunkte auch für andere Dinge. Deshalb geht ein bisschen sparsam damit um. Ihr braucht das, um die Gilde zu leveln. Ihr braucht das für eure Skills. Und ihr braucht das für eure Gilden-Technologie. Also die Gebäude, die ihr mit der Gilde bauen könnt. Aber immer, wenn ihr ein bisschen was über habt und gerade auch Geld über, dann macht es schon Sinn, eure Gildenskills hochzuballern, wenn ihr das wollt. In welcher Reihenfolge man das machen sollte. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich weiß, ich weiß, da schreiben jetzt Leute drunter, nein, nein, nein. Die persönlichen Skills sind sehr viel wichtiger als die Gildenskills. Ja, kann sein, aber darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass ich euch zeige, wie ihr insgesamt mehr Damage bekommt. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den Damage noch höher zu treiben. Und diese Möglichkeit findet ihr auch in eurem Inventar. Denn wenn wir jetzt auf die Crafting Recipes gehen und auf Essen und Medizin, dann haben wir hier Gebräu. Dieses Gebräu unten, das können wir lernen ab Level 27. Ihr braucht dazu einen Fermentierer. Also warte mal, finde ich das hier gerade? Ah, da habe ich es. Genau, im ersten Tab. Workbench and Tools. Wenn ihr hier das Fermenting Barrel, also das Fermentierfass baut, in diesem Fass könnt ihr eure eigenen Süppchen im wahrsten Sinne des Wortes brauen. Hierfür könnt ihr dann in das Fass Bohnen legen. Bohnen braucht ihr in jedem Fall. Und ich glaube noch Barley. Barley braucht ihr noch. Also Gerste. Und mithilfe dieser Sachen könnt ihr dann eine Grundsubstanz herstellen. Die nennt sich hier Baiju. Und dann könnt ihr diese Tränke brauen. Und ihr seht, das sind Buff-Tränke. Die halten für 30 Minuten. Und mit diesen Tränken könnt ihr euren Damage noch mal, hier gerade in dem Beispiel, um 3,72 oder 4,56 euren Damage boosten. Das Ganze geht aber bei 27 erst los. Hier könnt ihr später noch mit Level 37 und ich nehme an 47, ja, immer größere Sachen brauen. Bis hin zu Level 57. Dort bekommt ihr Buffs von 9%. Und dieses Getränk hier vertreibt die Kälte. Das heißt, wenn ihr in einem kalten Gebiet unterwegs seid, also im Schneegebiet und zum Beispiel sagen wir Salpeter farmen wollt, macht es Sinn, die einzuwerfen, weil das sorgt nicht dafür, dass ihr weniger friert, sondern gebt euch wieder 24 Punkte auf diese Kälteanzeige drauf. Das gleiche ist hier. Das gibt ein bisschen weniger Stärke Buff, nämlich 0,72% weniger. Aber dafür bekommt ihr das Doppelte an Kälteresistenz zurück. Einen Tipp gebe ich euch noch, bevor ich euch jetzt an dieser Stelle kurz daran erinnere, dass ihr gerne abonnieren dürft, wenn euch die Videos helfen und gefallen. Das würde mich riesig freuen. So kann ich meine Reichweite erhöhen. Ihr könnt mich natürlich aber auch auf meinem Patreon-Account unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank. Und hier noch ein kleiner Extra-Tipp. Ja, wir haben jetzt erst mal über Damage in Zahlen und Prozent gesprochen, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, eine einzige, mit der ihr euer Kämpfen definitiv effizienter machen könnt. Nämlich mit Essen, was dafür sorgt, dass ihr mehr maximale Ausdauer habt. Dieser Bohneneintopf, sag ich mal, der gibt euch 18 mehr Ausdauerpunkte für 30 Minuten. Unabhängig davon, dass das Teil noch Schutz gegen Hitze gibt, beziehungsweise Hitze wiederherstellt, Hitzeresistenz und relativ viel Fülle gibt, 84 Punkte, bekommt ihr mit diesem Essen auch noch mal 30 Minuten lang 18 mehr Ausdauerpunkte. Und das heißt, ihr könnt einfach öfter zuschlagen, bevor ihr euch ausruhen müsst, was indirekt auch euren Damage erhöht. Ich danke euch, dass ihr dieses Video geschaut habt und jetzt haut rein!